Fragst du dich auch manchmal, wie du anderen helfen kannst, besser zu werden? Oder wüsstest du gerne, wie du ein gutes Coaching-Gespräch führst? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, stelle ich dir ein paar Arten von Fragen vor, die du vor allem in Coaching-Gesprächen verwenden kannst. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Entscheidend für Coaching-Gespräche sind vor allem sogenannte kraftvolle Fragen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die Antwort jedes Mal eine andere sein kann. Meistens gibt es auch keine einfachen Antworten, sondern dein Gegenüber wird zum Nachdenken angeregt. Die erste Art dieser Fragen, die ich dir vorstellen will, sind die sogenannten Erkundungsfragen. Wie der Name schon andeutet, zielen diese Fragen darauf ab, bestimmte Aspekte deines Gegenübers zu erkunden. Das kann zum Beispiel das Ziel eures Gesprächs sein. Also, wovon willst du mehr? Damit ist dann das Ziel für das Coaching-Gespräch auch klar. Für die folgenden Fragen nehmen wir als fiktive Antwort, dass dein Gegenüber mehr Selbstbewusstsein haben will. Weiter geht es mit ressourcenorientierten Fragen. Ein Beispiel dafür wäre, was hilft dir in Situationen, in denen du wenig Selbstbewusstsein hast? Dadurch kann dein Gegenüber sich bewusst werden, welche Ressourcen er oder sie schon hat, die bei der Zielerreichung und Problembewältigung helfen können. Denn diese gilt es zu forcieren und weiterzuentwickeln. Die nächste Kategorie von Fragen, die ich dir vorstellen will, sind die Skalierungsfragen. Denn meistens gibt es einen großen Graubereich zwischen Schwarz oder Weiß. Um diesen zu erkunden, helfen die Skalierungsfragen. Ein Beispiel wäre, auf einer Skala zwischen 0 und 10, wie selbstbewusst würdest du dich einschätzen? So wie der Ist-Zustand sich irgendwo zwischen 0 und 10 befindet, liegt wahrscheinlich auch der Zielzustand irgendwo dazwischen. Im Anschluss kannst du die Frage stellen, mit welchem Wert auf dieser Skala wärst du zufrieden? Diese Kombination von Fragen hilft dabei, sich der Differenz zwischen Zielsituation und aktueller Situation bewusst zu werden. Auch die folgenden Fragen kannst du im Anschluss gut verwenden. Woran würdest du erkennen, dass du bei einer 7 bist? Was müsste passieren, damit du einen Punkt näher an der 10 bist? Oder wo warst du schon mal über dem Wert, den du mir gerade genannt hast? All das kann deinem Gegenüber dabei helfen, Wege zu finden, um dem gewünschten Ziel näher zu kommen. Kommen wir nun zu den Wunderfragen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass etwaige Probleme und Bedenken erstmal beiseite gelegt werden. Ein Beispiel wäre, wenn du vollkommen selbstbewusst wärst, was wäre dann morgen anders? Das hilft Mut zu schöpfen und losgelöst von Problemen und Zweifeln zu denken. Damit könnt ihr euch besser auf die Lösungsfindung konzentrieren. Schauen wir uns als nächstes die zirkulären Fragen an. Diese kommen vor allem aus dem systemischen Coaching und dienen dazu, die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ein Beispiel wäre, was würde dein bester Freund über diese Situation sagen? Das bringt neue Sichtweisen auf die Situation und hilft damit auch diese besser zu verstehen und andere Lösungsideen zu finden. Die letzte Art von Fragen, die ich dir vorstellen will, sind die Metafragen. Gute Beispiele dafür sind, was genau oder wirklich immer? Damit kannst du das gerade Gesagte noch einmal vertiefen und Unklarheiten auflösen. Und ehrlicherweise eignen sich diese Fragen auch super als Lückenfüller, wenn dir gerade nicht die richtige nächste Frage einfällt. Ich hoffe, dass diese Fragesammlung dir hilft, bessere Coaching-Gespräche zu führen und damit deinen Menschen dabei zu helfen, Lösungen für ihre Anliegen selbst zu finden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, also probiere dich aus. Und ein wichtiger Hinweis zum Ende, lass deinem Gesprächspartner genug Zeit zum Nachdenken und Antworten. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.